Okay, wo bin ich jetzt? Es hängt gerade wieder. Okay, sag mir lieber, wo ich hin muss. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ähm, 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 KT. Ich muss wahrscheinlich durch die Türe da. Okay. Okay. Oh oh. Ich hoffe, der kommt nicht hierher. Verpiss dich. Ich bin sowieso nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich hoffe, das geht gut. Aua. Ja. Scheiße. Das dauert viel zu lang. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Durch da. Schnell. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Oh oh. Mami. Oh oh. Shit. Oh oh. Verpiss dich. Verpiss dich. und ich. Wie ist der? Mama. Hilfe. Komm schon. Okay, wenn ich jetzt so wüsse, wo der andere ist. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt einfach hier. Shit. Okay. Oh, oh. Wow, 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 wow. Nein, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Hu, 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 hausharren. Shit happens. Wo ist der? Fuck off. Hi. Oh, 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 oh. Komm ich da ran? Oh, oh. Hilfe. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Geh runter, fahr runter. Oh, shit. Komm schon. Durch da, durch da. Ui, ui, ui. Oh, oh. Oh, oh. Okay, gibt's hier irgendwas? Puh, das war eng. Ich hasse die Typen. Jawohl. Immerhin. Gesundheit. Gesundheit, das war wichtig. Okay, Karte. Äh, okay. Äh, okay. Hallöchen. Zwei Wauzis. Oh, oh. Was haben wir noch? Okay. Wo ist der? Da hinten. Okay. Erstmal die Lage checken. Da hinten ist einer. Und da hinten ist auch noch einer. Oh, was ist das? Nicht gut. Okay. Aber die brauchen Leitungen. Die brauchen die Stromleitungen. Können sich nur in dem Bereich bewegen. Wo die Stromleitungen sind. Okay. Ist das sich umgedreht? Dann gehen wir mal weiter. Langsam. Okay. Zuerst den Hund ausschalten. Komm schon. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Komm schon. Yeah. Haha. Okay. Ich glaube, das war ein Bug. Auch nicht schlecht. Okay. Ausschalten. Komm schon. Yeah. Und Rückzug. Lass mal Rückzug. Sehr schön. Komm schon. Wo ist der? Der Penner. Oh, oh. Na. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Verpiss dich. Verpiss dich. Okay. Okay. Genau hier steht der Penner. Sehr schön. Schleichen wir mal weiter. Hier kann ich nichts machen. Mitnehmen. Oh, oh. Wenn das mal gut geht. Das geht mir gut. Oh, oh. Das müsste zwei sein, glaube ich. Ja. Definitiv zwei. Oh, oh. Nein, nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Das glaubst du nur. Nein, 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 nein. Komm schon. Komm schon. Äh. Fuck. Das sind nochmal zwei. Oh, oh. Okay. Nein, nein, scheiße. Ach, was soll's. Shit. Lauf, 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 lauf Ich hab das dort beim ersten Mal auch geschafft, man. Das gibt's doch nicht. Ich mein, ich kenn natürlich die Passage. Okay. Ciao. Nummer 1. Nummer 2. Panzerung mitnehmen. Dich mitnehmen. Komm schon, nimm das Ding. Okay. Oh oh. Prenner. Scheiße. Verzieht mich mal. Oh oh. Jetzt kommt natürlich der andere. Weil das wird nicht, nicht so lustig. Okay. Ich hoffe, die sehen mich jetzt ja nicht. Okay. Vergiss dich. Shit happens. Komm schon, sag mal, dass die dummen, tauben und doof sind im überhaupt. Lauf weiter. Sehr schön. Prenner. Komm schon. Weiter. Weiter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Shit. Okay. Oh oh. Verzieh dich. Oh oh. Ich kann ihn nicht leiden. Jetzt kommt er zurück. Mann, 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 Mann. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße, wieso man da vorbeikommt. Komm schon. Scheiße. Komm schon. Und los. Und los. Oh oh. Oh oh. Shit. Fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe den Eindruck, manchmal hängt die Steuerung ein bisschen. Das ist der Knilch. Hier ist der Knilch. Verzieh dich. Verzieh dich. Oh oh Komm schon Komm schon Komm schon Yeah Jetzt schnell da durch, komm schon Hui Holala Ich bin ein paar mal gestorben Kann natürlich sein, ich schneide das Ich weiß es noch nicht Oh oh Was? Drücke zum Springen Ah, okay Und wo soll ich springen? Ach da, soll ich springen Okay Okay Ah, Panzerung Ich verstehe Aua Okay Weiter Oh 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 Helga Na dann Okay Das sieht doch so aus wie etwas, wo man hochklettern soll, oder? Na komm Zack 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 Okay Okay Darüber vielleicht Okay Das hat ja super funktioniert wieder Na komm schon Na komm Da hoch Bitte Da hoch Da hoch Danke Okay Äh Hoffentlich sehen die mich nicht Fuck Daneben Shit Oh, was war das? Eieiei Ah ja, okay MidiPack Ah, jetzt hängt es schon wieder Ich glaube, ich muss das doch irgendwie anders machen hier mit dem Mikro Äh Äh Nicht mit dem Mikro Mit dem Gamepad, meine ich Na komm schon Hä Äh Okay Okay Wie soll ich da hochkommen? So nicht Na dann Irgendwie muss ich doch da hochkommen Oder nicht Da vielleicht Ach hier Okay Hoch da Sehr schön Oh, ich mag keine Enggänge Und Viecher Äh Weiter Ähm Ähm Okay Ach, jetzt sind wir hier auf deiner Seite Gold entdeckt Okay Ich hab zwar keine Ahnung, was mir das bringt Keine Ahnung Ich glaub, das ist einfach nur so ein Gimmick Halt, dass du was gefunden hast Glaube ich Okay, weiter Oh oh Nein Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Nein, nein Ich bin nicht da Die Kisten aufzubrechen Okay Oh oh, noch mal einer Ich hab hier ein Viech drin Der schnuckt mir gerade um die Augen rum hier Voll nervig Okay Okay Runter Autsch Oh oh Yeah Ich topis dich Sehr schön Oh 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 Na komm, geh schon Das Problem mit der Kn... Oh oh Dann halt so Auf die harte Tour Was soll's Komm schon Okay Das war ein bisschen zu hart Die harte Tour Okay Zwei Stück Na komm, verzieh dich endlich Danke schön Runter Aua Okay Was macht das? Na komm schon Du Penner Ich hab dich schon in Tokenkopf's Laboren gesehen Na also, geh doch Na lecker Viel bleibt da nicht übrig Ganz ehrlich Ein Stück Gulasch Rippchen Öh Lecker Shit Panzerung mitnehmen Öh, da bleib ich nicht viel lieb Ja, Munition Okay, welche Knarre hat denn mehr? 213 Und die hat... Na, dann nehmen wir doch die andere Die hat mehr Munition Sehr schön Ja, die Steuerung Hakt manchmal ein bisschen Ich weiß gar nicht Das gefällt mir aber nicht Wenn die hakt Okay Zu Okay Jetzt kann ich wahrscheinlich die Knarre nicht mitnehmen Vielleicht Na komm schon Also, geh doch Hab ich befürchtet Okay Weiter geht's Liebe Freunde Okay Cool Okay 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 Ich weiß nicht die Schiele Ähm, zum Glück sind die nicht sünderlich intelligent. Okay, wir verziehen uns hier rein, ich bin nicht böse wenn ich den Typen umgehen kann, ganz ehrlich. Darüber müssen wir, okay. Was gibt's hier sonst noch? Wo ist der Typ? Oh oh, wenn der sich umdreht. Na komm schon, dreh dich um. Sehr schön. Uiuiui, komm schon. Na, mach schon. Mach doch schneller, Mann. Und durch, sehr schön. Oh oh, da oben sind auch schon wieder so Dinge. Oh oh. Aua. Okay. Die Kommentare sind auch immer geil in dem Spiel. What the hell? What the fuck? Yeah, geil. Cool. Okay, was haben wir hier noch? Aha. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Keine Ahnung. Erstmal umgucken. Bisschen Kisten kaputt machen. Ja, das ist jetzt noch nicht so hilfreich. Aber okay. Kann ich hier noch was reinnehmen? Nö. Okay. Schnappen wir uns die Knarre wieder. Hm. Okay. Oh oh. Ob das so eine gute Idee ist? Oh, es geht runter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, das geht nicht. Oh oh. Okay. Shit happens. Shit happens. Die war doch leer. Die bringt mir doch gar nichts. Komm schon. Mitnehmen. Okay, sehr schön. Bisschen Randale machen. Ist da was drin? Nichts brauchbares. Shit. Doch ein bisschen Gesundheit. Da liegt auch noch was rum. Komm schon. Ist ja nicht. Na also, geht auch. Penner. Die ist auch leer. Können wir auch wegschmeißen. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich weiter. Oder auch nicht. Nehmen wir erstmal auf jeden Fall alles mit, was wir mitnehmen können. Was haben wir hier denn eigentlich? Panzerung. Panzerung. Nicht viel, aber immerhin. Da hätten wir die umgehen können wahrscheinlich. Egal. Bisschen Action muss sein. Bei Wolfenstein. Hä? Das reimt sich sogar. Okay, komm her. Scheißtür. Auf damit. Jawohl. Das hört sich gar nicht gut an. Ach, das war Gesundheit. Okay. Weiter geht's. Kann ich nicht kaputt machen? Oh, oh. Okay, wo bin ich hergekommen? Verfluch. Noch eins. Bin ich durch die Tür gekommen? Wahrscheinlich, ne? Aua. Ja, allerdings. Kann ich auch nicht kaputt machen? Bin ich da runter? Muss ich da runter? Da ist zu. Okay, und da sind Wauzis. Das finde ich gar nicht so gut. Das finde ich gar nicht gut. Was haben wir hier? Was? Mechanischer Kampfhund. Warnung. Öh. Ostflügel. WTRK. Bla 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 bla. Ja, gut. Nein, nein. Wo muss ich denn hin? Scheiße. Wo muss ich denn hin? Okay. Hier kann ich nichts machen. Da ist zu. Die kann ich nicht abstellen. Okay. Ach, da. Jetzt. Na, hoch da. Komm. Na, komm. Na, komm. Und hoch. Yeah. Sehr schön. Und da lang. Okay. Durch die Lüftungsschacht. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Shit. Ist das nur der eine? Da ist noch einer. Ne? Oh, oh. Wie komme ich denn da jetzt? Wie komme ich denn da weiter? Oh, oh.